Hier sind ein paar Eindrücke von unserer Goldsuche in Westaustralien, also in der Nähe von Kalgoly. Wir haben fleißig gegraben, auch schon in vorhandenen Löchern. Dort haben wir ein Nugget gefunden, damals noch mit meinem alten Detektor, mit der X-Terra, mit dem Goldpack. Toller Detektor, ja am Ende sind dann drei Nuggets herausgekommen, mit ungefähr 7,2 Gramm waren es.